eigentlich das versuche ich gerade rauszufinden mal ob es sendet die daten verdammte scheiße es hat neu angefangen das ist ziemlich ärgerlich ja aber warum warum muss das scheiß youtube in stream neu anfangen das ist echt sehr ärgerlich ja jetzt überlegen gerade man es wäre spannender auftakt für morgen sonst gott sei dank ist es nicht mitten in einem wichtigen ereignis passiert aber es ist passiert was mir irrsinnig anpisst gerade aber ich wollte trotzdem noch mal schauen ich meine neben dem stream eigentlich nicht aufgebrochen OBS hat einfach sofort wieder verbunden sobald es möglich war fuck hey so ein behindertes internet ich freue mich schon so wenn man es auf glas fahr so und dann passiert so eine scheiße sicher nicht die ganze zeit die man die ganze zeit das ist gott sei dank schon länger nicht passiert aber es kann passieren aber ja na sonst würde ich sagen es ist das beste wenn man dann für heute unerwartet schluss machen ich bin eigentlich eh müde also wenn nicht abstreiten ich bin seit sechs oder sieben auf oder irgendwas dazwischen das bin immer nicht so sicher aber ist ja egal dann ist das sozusagen nur kurze infostream dann würde ich sagen ich sage jetzt gute nacht wenn morgen scheißiges wetter ist wenn die früher schon was machen und sonst erst am abend wieder je nachdem wann ich daheim bin aber da jetzt eh schon so früh dunkel wird könnte es sich bis acht ausgehen weil morgen gehe ich selber auf ein mittelalterliches adventure im prinzip so halb halb und man nehme auch ein wanderer und kajak tour aber ja na sonst sonst würde ich sagen dass wir dann morgen weitermachen dann hätten wir im prinzip einen spannenden auftakt es tut mir noch mal leid für die scheiß unterbrechung gerade ich musste echt schauen dass man das internet jetzt bald einmal auf die festnetzbox ummeldet weil ich habe ja so ein scheiß webcube ich meine er funktioniert jetzt nicht schlecht aber unsicher auf das kann man sich echt nicht verlassen aber ja wie gesagt ich bedanke mich bei euch allen dass heute dabei war es wieder mal auch viele die noch später zugeschalten haben aber es ist spät und möchte morgen auch nicht zu spät auf das passt dann eh aber so oder so es gibt morgen sicher einen stream nur ich kann die uhrzeit nicht sagen aber es wird ungefähr wieder acht werden ich will es jetzt nicht ankündigen und dann dass es nicht einhalten kann aber ja dann würde ich sagen verbleiben wir so und dann starten wir morgen mit dem spannenden auftakt unter schlacht vielleicht war das ja ein zeichen weil sonst hätte ich es heute noch gemacht aber ich würde jetzt nicht sagen kurzen stream anreißen mehr aber es war trotzdem lustig ich bin heute weit gekommen wieder so einigermaßen weit ich meine ich habe eh ein paar stunden zockt das passt schon aber ja dann wünsche ich einen schönen guten abend und wir sehen uns dann wahrscheinlich um acht und wie gesagt wenn das wetter nicht schön ist schon früher sonst erst am abend nach meiner wandertour dann schlaft es alle gut macht es gut und wir hören uns dann morgen abend voraussichtlich um acht uhr wenn sie was ändert kündigt es eh in der facebook gruppe an oder eh auf youtube und ja schlaft es gut und bis später 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 und bis später